Ein wunderschönen guten Tag meine Freunde, hier ist wieder euer Jan und euer Oldie von Immer am Limit und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge A Way Out. Freut mich, dass du da draußen wieder mit dabei bist, um mit uns gemeinsam die Geschichte fortzuführen. An meiner Seite natürlich wieder der Jutz der Jansen, ist natürlich auch wieder mit am Start. Hallöchen, mein Digga. Ja, hallo zusammen, ja, hallo Oldie, grüß dich. Da wir ja jetzt ja neue Klamotten anhaben, müssen wir ja zusehen, dass wir ja auch irgendwann hier bald mal wegkommen, ne? So sieht's aus, so sieht's aus. Wissen wir noch nicht wie, wir müssen es erstmal schauen. Richtig, also Leute, bleibt gespannt und viel Spaß jetzt mit uns beiden hier und A Way Out. Ach, du hast schon wieder hier irgendeinen Mist gemacht, ne? So ein Bad dran gemalt. Ja, wie sehe ich aus? Ach da, hui. Oh, dann werde ich mich auch mal umziehen. Tschau. Muss mal keckern. Oh, nee, aber nicht im Wandschrank, ey. Oh, guck mal, hier. Ich bin der Tough Guy, verstehst du das? So, ungezogen bin ich. Boah, hast denn die Knarre her, sag mal. Na gut, ne? Natürlich nicht schlecht. Oh, da ist auch noch eine Knarre. Kann ich die mitnehmen? Ja, mal Hände waschen. Gute Idee. Oh, gibt's hier noch was zu futtern? Hab einen Bärenkohldampf hier. Ich helfe beim Abwaschen, den klubst du ja wohl selber nicht. Abbruch, Abbruch. Oh, ist ne gute Wurst. Jan Wurst. Oh, er säuft schon wieder, da kennen wir ja nicht anders. Und Käpt'n drin, oder wie? Ja, Louis. So, wir sind auf der Titelseite übrigens. Oh, super. Haben sie etwas gut? Okay, ich komme. Wir sollten zum Truck gehen. Jawohl. Wo ist der Truck? Hast du ihn schon gesehen? Ne, äh. Okay. Hier ist er nicht. Nicht. Zum Truck. Hm. Der wird bestimmt da unten in der Scheune stehen. Ja klar, da ist doch bestimmt eine Scheune, wo ein Auto drin steht. Mal gucken hier. Ein bisschen schneller laufen. Hufeisen werfen. Ah, wir können Hufeisen werfen machen. Mal gucken. Ob ich gut bin. Oh, voll daneben. Was für ein Ball. Hä? Gott. Ach so. Ich muss natürlich... Ah, jetzt... Ah, okay. Mehrere Sachen beachten. Jawohl. Ah, zu früh. Egal. Ach, Miss. Egal. Ah, mach mal. Ne! Jackpot. Das ist ja auch Zeit. Zeit. Hm, hm, hm. Oh. Verdammt. Oh. Verloren. Ah, hast aber gewonnen. Mit einem Punkt mehr. Ah, wunderbar. Okay. Sei dir gegönnt. Danke. Kein Problem. Alter. Was schießt das Vieh? Immer noch kein Truck hier? Gibt's doch gar nicht. Hier ist ein Trecker. Meinen die den? Äh, die meinen Truck. Da hinten ist noch eine Scheune. Ah, ja, okay. Ich hab schon mal Benzin mitgenommen, falls da jetzt kein Benzin drin ist. Oh, alter. Kann der sein. Hätte ich dich nicht, hätte ich einen Aral. Oh. Ja, ja. Kriegt immer eine Tür auf. Ganz ehrlich. Oh. Oh, mein Gott, das ist ein Stück von Trink. Das ist nicht so schlecht. Was heißt das, das ist nicht so schlecht? Der muss immer meckern. Hallo, das ist ein Auto, du musst nicht laufen. Eine Füße, denk dran. Ja. Ach, das fehlt sogar ein Reifen. Ah, toll. Okay, dann gehen wir auf die Suche nach Reparaturzeug, Reifen, Hebeisen. Ich hab schon mal ein Radkreuz. Das ist immer gut. Oh, ich seh Reifen. Ja? Mhm. Optimal. Na dann. Wo denn? Oben. Hä? Also, ich seh nix. Ach, da hinten. Ob du blöde bist, hab ich gefragt. Ja, und nun, wie kommen wir jetzt da ran? Ja, du warte, hier. Pass auf, komm her. Komm nach oben. Du blöde bist, Heike, Frau. Häng mich da an den Haken ran und ich hau dich da rüber. Ah ja. Na, lass da mal stehen. Ja, denn ist... So, okay. Du bist auch lahm, ey. Alle das Musik machen. Überall muss ich rüberkröchtern. Mann, Mann, Mann. Du kannst auch nix alleine. Du, ich lass dich gleich in der Mitte stehen. Deine Nase ist so lang, du hättest die Reifen einfach bloß umstümpfen müssen hier. Ja. Kriegst du es hin, oder? Bin mir noch nicht sicher. Aua. So, gibt's hier noch was. Eine Matratze. Brauchst du noch eine schöne verwandte Matratze? So, jetzt können wir... Ja, suche ich das, okay. Ah. So. Der eine hebelt. Der andere macht dem... Das Rad ran. So läuft es hier. Wo ist denn das Rad? Nach vorne am Auto. Junge, hast du es da hinten ganz hingeschmissen oder was? Ach, Mann, 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 ey. Warte. Will ich erst mal das Radkreuz hier hin? So. Ich schätze mal, Mutterhaube, da ist auch irgendwas. Hätten schon dreimal wieder zurück sein können, ey. Über Stock und Stein. Andern Ende der Welt. Der kriegt nicht mal fertig, einen Reifen hier ranzumachen. Mann, 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 so. Ist festgelebt. Schrauben müssen wir euch. Schrauben müssen wir noch. Festziehen. Ja, du hast ein Radkreuz da liegen. Alter. Junge, Junge, du bist aber so ätzend, ey. Dass du alles selber machen musst. Ja. Anziehen. Nur anziehen. Denk dran, den Wagen müssen wir noch senken. Bevor du richtig festziehst. Die Klappe. Ist ganz wichtig. Mach das Oberkreuz, mein Lieber. Herr Lugisch, ihr habt doch ein Radkreuz. Das ist der Fahne. Oh, warte. Kannst ziehen, warte. Und go. Wir müssen das Auto erst. Okay. Jetzt können wir es zumindest rollen. Nichts. So, und jetzt müssen wir bestimmt... Ich setze mich mal rein, ne? Diesmal kannst du schieben. Das kräftig ist genug. Ich mach schon mal. Ich seh nix. Ist alles gut. Wir müssen hinten schieben. Du, wo kein Schnee liegt, kann nur die Rand werden, ne? Schiebst du auch? Ja, ja. Du, ne? Hast du den Kanister weggeräumt? Ne, natürlich nicht. Gar keine Zeit für sowas. Da war. Nehmen wir mal den Kanister mit. Ich fahr lieber, ey. Haha. Du. Und? Was sagt sie? Kein Benzin. Ah, ja. Naja, habt doch alle schon parat hier. Siehste? Habt doch vorgesorgt. Ich denk dir wenigstens mit. So, kluck, kluck, kluck. Fünf Galonen rein. Und reicht. Das ist jetzt tatsächlich fahren. Ich glaub's nicht, ey. Ja, jetzt kriegst er nicht mal so dämlich ist, als er das Auto nicht mehr ankriegt. Ah, muss ich wieder ein Motorhaube aufmachen hier. Guck ich mal rein. Alle klar. Oh, ganz böse. Ganz, ganz böse. Zylinderkopfdichtung. Klarer Fall. Zylinderkopfdichtung. Warte, ich spuck mal rauf. Warte. Öh. Könnte aber auch die Batterie sein. Ihr probiert einfach mal. Ja, mach mal. Tja, mach mal. Ja. Siehste? High geschmeckt. Hat einer Zunge nämlich nicht gezwiegelt. Weißt du? Hm. Ja, ich hab dir gesagt. Manchmal musst du nur eine alte Hoffnung haben. Hoffnung, oder? Oh, oh. Well, ich war da. Dreckige Scheiße! Oh Scheiße! Geh auf! Du wirst dafür bezahlen! Komm, lass uns gehen! Du fahren! Komm, komm, komm! Komm, komm, komm! Komm, komm, komm! Verdammt! Hey, Vincent! We got cops coming! Step on her! Äh, okay, ich muss hupen! Kannst du irgendwas machen? Ja, ich muss zielen und schießen! Wie geil ist das denn? Alter! Wie geil ist das denn? Wie geil ist das denn? Oha! Voll weg geflasht, ey! Auf die Reifen! Boah! 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 Hinten drauf nicht schießen kann! Tja, ich hab' das Auge drauf! Ich würd' es, ich mach' mein Bestes! Dann kennen wir uns aus, wie bei GTA, nur dass der hinten drauf nicht schießen kann. Tja, da guckst du nicht schlecht, ne? Da war eine Straßensperre. Da kenn ich nix. Rechts links Kombination. Ja, auf zwei Rädern geht's auch. Wo? Boah. Alter. Bullsinn, viel zu schnell, ey. Kannst du die mal abhängen? Ja, wir sind wieder im Stress, ja? Bist du am Stress? Und schieß halt mal. Du musst doch mal schießen, Digga. Ich muss nachladen. Ja, dann schon haben sie uns. Fahr. Oh, shit. Yeah, yeah. Ja, wenn du da hinten drauf machst, kann ich nix dafür. Wird spannend, ich mal ein bisschen, ne? Schuldeigene. Ja. Sieh zu, dass du dir vernünftig Gas gibst. Ey, fahr wie ein Honk, Alter. Wenn die uns immer einholen, dafür kann ich nix. Boah. Und schieß halt mal. Halt die Knappe. Haha. Haha. Digga, du willst schon, Abzug drücken, ne? Haha. Nicht nur raufhalten. Oh, shit. Oh, yes. Wo ziehst du eigentlich hin? Oh, goddammit. Oh, jetzt kommt ein Narbenbrett. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. Okay. Ach du Scheiße. Wir müssen hier raus. Schnell, schnell. Und wir müssen wieder türmen. Gibt's doch nicht, ey. Oh, oh, da sind die Bullen. Da. Da ist ein Boot. Und er rinnt wieder weg, ey. Ey. Du hilf doch mal. Ja. Und er rinnt wieder weg, ey. Ey. Man, man, oh, man, oh, man, oh, man, oh, man. Mann, man, man, ey. Eine Seefahrt, die ist lustig. Eine Seefahrt, die ist schön. Ja, da kann man nackte Weiber und was anderes Schönes sehen. Oh no! Ich habe keine Ahnung. Aber je weiter weg, desto besser. Ja, ich glaube, du bist richtig. Alright, start rollen. Wie Weltmeister. So. Eier. Genau. Alter, ich muss auch. Warte. Ich glaube, ich habe etwas im Wasser gesehen. Das ist wahrscheinlich ein Scherke, Leo. Was meinst du? Es gibt keine Scherke. Ich weiß nicht. Das ist ein Leiter. Du bist ein leckerer Mann, Leo. Perfekt. Warte, jetzt muss ich wieder. Du, da sind wir doch eigentlich schon... Profis drin. Wahrscheinlich ein Fisch. Ja, egal. Ein Fisch. Wahrscheinlich ein Salmon. Warte, das könnte ein Krokodil sein. Gerne? Ich mag nicht Krokodil. Du bist ja vom Herrentag, weißt du? Profis, verstehst du den? Ich glaube, jetzt wird es ein bisschen unruhig da vorne. Ich glaube, jetzt wird es ein bisschen unruhig da vorne. Nicht nervös werden, Uli. Nicht nervös werden. Er wird schneller. Du glaubst, es gibt keine Scherke. Es gibt wahrscheinlich Scherke. Es gibt wahrscheinlich Scherke. Es gibt wahrscheinlich Scherke in diesen Wasser, Leo. Oh, schöne Scherke. Ich glaube, ich glaube das. Wir fahren mit Timbo. Du musst dran. Du bist dran. Ah. Ah, nice. Klatsch. Ey, äh. Da wird die Seefahrt wirklich lustig. Da wird die Seefahrt wirklich lustig. Warte, ich muss... Und Platsch. Oh, warte. Da muss ich hier Strom schnellen, ey. Wir fahren mal da rechts. Und jetzt bist du dran. Oh, oh, jetzt wird's schnell, wa? Ja. Oh, das sieht doch noch ganz gut aus. Jetzt du wieder. Wow. Alter Vater. Aber als wenn wir nichts anderes gemacht hätten. Ja, das sagt ihr. Warte, warte, warte. Warte, warte, warte. Aber das war jetzt Quaker. Ach so, denn Boot hat eine gewisse Haltbarkeit. Siehst du, da an der rechten Seite. Ah, okay. Du bist du. Ja, ja, ich ruder wie ein Weltmeister hier. Ja, der geht aber nicht rum. Ja, sicher. Du versuchst das. Warte. Ja. Da vorne ist schon ein Loch drin, siehst du das? Ja, ja. Jetzt du wieder. Ich kann auch nicht gegensteuern, wa? Dass man irgendwann Paddel drin hätte, um abzubremsen. Oh, jetzt wird's gefährlich, ich glaube. Oh ja, rechts musst du machen. Oh, nice, Alter. Wuhu. Du musst. Ja, geil. Oh. Oh, fucking. Oh, da ist das Wasser drin. Alter, das ist mies hier. Aber vielleicht musstest du auch mal nach links. Und dann... Da müssen wir drauf achten. Wenn das nicht so schnell geht, dann müssen wir wieder rein machen. Oh, oh, oh. Waterfall, Waterfall. Ja, alles gut. Warte, ich komm rüber. Wunderbar, wunderbar. Wunderbar, wunderbar. Oh, da haben wir... Oh, fuck, fuck, fuck. 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 Scheiße, wo sind wir da denn hängen geblieben? Watch out for the rock. Shit. Alter, scheiße. Watch out. Alter. Alter. The fuck. Ach du Kacke. Ach du Kacke. Da können wir aber niemals lang. Scheiße. Sieh zu. Ich will es eigentlich gleich machen muss. Aber das ist so. Ist so geplant, glaub ich. Ja. Ich komme. Alright. Komm rüber. Hä? Na, ist, glaub ich, so gewollt, Digga, Warte. Sehr glitschig hier. Alle sehr glitschig. okay achtung halten der macht er nix jetzt also wenn du mich nicht hättest ich bin okay, lass uns weg okay was hast du, oder? ja also, was passiert jetzt? schau ich weiß, was du denkst aber nach Harvey gehen wird nicht einfach ich weiß, aber ich gehe nach ihm mit oder ohne dich rache ich will ihn weg er ist ein kühlschranker der Welt wird ein besseres Platz ohne ihn eigentlich dachte ich ja, die werden sich einig, dass sie den Harvey da kühlen wollen du sagst ja du sagst der f*** hat andere Pläne It's all there, count it Looks about right Of course it is, you can always trust me I'm not trusting nobody, my friend Here you go Na klasse What do you think? It's heavier than I thought It is Pleasure doing business with you guys You too Give me the case What the f*** are you doing? What the f*** are you doing? Give me the f***ing case, Leo Hand it over Now It's nothing personal It's just business Give me the briefcase The next thing I know I'm surrounded by cops That's rough I'm sorry He's the one who's going to be sorry I'm making things right For me And for my family So do you know where Harvey is right now? I know one of his guys right He'll know for sure So What are we waiting for? Let's go after him You really want to take Harvey down, huh? Like I said With or without you I'm going after him Okay Alright Where can we find this Ray guy? Don't worry, he's gonna be easy to find But I need to make sure my family is safe first Of course Let's go Auf geht's So sieht's aus Oh, to do me Ah Oh Don't go too far, Alex Mom? Mom! What is it, honey? What's wrong? Er weiß ja gar nix davon, stimmt Stimmt, ja Oh shit Alex? Alex! Fuck! Not good Not good Can I ask you something personal? Yeah, sure How do you and your wife manage to stay together in this line of work? We've always been together You know, she knows me better than I know myself How is it? Twelve Or we met at the orphanage Orphanage? You could say that my parents didn't do their job I'm sorry to hear that Don't be I barely remember them Besides I was fortunate enough to have Linda She was crazy You know, we used to run away together You know, we used to run away together Steal ice cream Cigarettes Shit It's always been us against the world Still is No matter what That's just how it is Sounds great Sounds great Yeah It's a woman and a boy About this size You don't know where they live? They had to move while I was inside I see Ah, yeah Let's take a look around Und falls euch diese Folge gefallen hat Würde ich mich natürlich wie immer über eine Wertung Und einen Daumen nach oben sehr, sehr freuen Und falls ihr nichts mehr verpassen wollt Dann lasst auf jeden Fall ein kostenloses Abo da Würde uns auf jeden Fall sehr, sehr schmecken Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder Bis dahin meine Lieben Immer schön lecker bleiben Und So miss es Ciao Tschüssing